Herzlich willkommen zu unserem Tutorial Scanauftrag. Mitarbeitenden und Studierenden der FU ist es möglich, Zeitschriftenaufsätze kostenlos scannen zu lassen. Bitte melden Sie sich hierfür zuerst in Primo an. Suchen Sie nun nach der Zeitschrift, die Ihren Titel enthält. In unserem Beispiel suchen wir nach dem Artikel Der Ort der Nacherfüllung im Kaufrecht von Johannes Pilz, erschienen in der Zeitschrift Juristische Schulung. Wenn der gesuchte Jahrgang der Zeitschrift über einen Exemplarsatz verfügt, also ein Datensatz für das Exemplar, kann die Bestellung über diesen Exemplarsatz erfolgen. In der Anzeige der gedruckten Zeitschriften sind aus internen Gründen die Angaben manchmal doppelt angezeigt. Sehen Sie hier auch dazu unser Tutorial zu gedruckte Zeitschriften in Primo. Ein Klick auf Bandbeschreibung führt Sie zur Anzeige der vorhandenen Jahrgänge. Unser Artikel befindet sich im Jahrgang 2008. Wählen Sie dieses Jahr aus. Nun wird Ihnen eine kleinere Ergebnisliste angezeigt. Klicken Sie auch hier wieder auf Verfügbar. Bitte klicken Sie nun Scanauftrag an. Füllen Sie mindestens alle Felder mit einem roten Sternchen aus. Und sollten Sie additionale Angaben haben wie Heftnummer oder Jahrgang, füllen Sie diese bitte mit aus. Sehe hier als Beispiel die Bandzählung. Bitte beachten Sie den Hinweis zum Urheberrecht, dem Sie im Anschluss zustimmen müssen. Klicken Sie bitte jetzt auf Absenden. Und sobald der Aufsatz für Sie gescannt wurde, bekommen Sie eine Benachrichtigungs-E-Mail. In dieser E-Mail erhalten Sie einen Link zum Anbieter BoxFU. Nun können Sie sich den Aufsatz abspeichern und oder ausdrucken. Vielen Dank für Ihr Interesse!